Hallo und willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile Atlas of Worlds. Wir haben im Livestream bis Mitte Akt 2 gemacht und ich habe noch ein bisschen gelabelt danach. Ja, was habe ich gefunden? Ich muss da mal noch schauen, also ich habe vor allem Karten hier gefunden. Zum Beispiel Mike Knight Bargain, also The Leech habe ich gefunden. Assassin's Favor, Check in the Box und irgendwo hier oben noch etwas. Ja, Lost Love habe ich wieder gefunden. Dann habe ich noch genau hier zum Beispiel diese Schuhe gefunden, hat keine Bewegungsgeschwindigkeit. Ich hoffe, dass ich hier drauf noch Bewegungsgeschwindigkeit bekommen als Bonus von den Labyrinthen. Und hier habe ich einen guten Bogen gefunden. Da eines mit 25 Movement Speed und Resistenzen. Sehr cool. Und die sind alles low. Das ist nicht jetzt passiert. Also, die habe ich schon lange gefunden. Ähm, Unix weiß ich jetzt. Nein, habe ich glaube ich keine mehr gefunden. Im Livestream habe ich ja noch, ähm, ein paar Sachen gefunden. Ich weiß nicht mehr welches. Aber, zum Beispiel die Schuhe habe ich doch jetzt noch gefunden. Mhm. Die sind richtig gut. Werden sich ein Bild davon machen. Jo. Also gehen wir ins Labyrinth. Wir müssen endlich mal das Labyrinth machen. Und Freps, du hörst auf zu legen. Sonst bekommst du eins auf die Fresse. Äh, scheiß Aufnahme begonnen. Also, wir müssen hier hin. Es sind auch viele Spiele da gewesen. Es liegt halt immer noch. Keine Ahnung, was jetzt das Problem ist. Vielleicht ist hier jetzt nicht mehr. Es ist immer gebietsabhängig, hier ein paar VWX. Mann, Freps. Ja, seht ihr. Jetzt ist es wieder runter. Jetzt war es auf 60 oben. Jetzt ist es wieder runter. Ich muss kurz starten, neu starten, gell? So, ich habe Freps neu gestartet. Und jetzt geht alles wieder perfekt. Also, Freps hat manchmal Macken nicht. Ich möchte es auch liebens irgendwie Dexterity oder so. Dex... Ja, ich weiß jetzt nicht genau wie es heißt, aber... Ja, ihr wisst wahrscheinlich Dextory. Und ähm... Aber da müsste ich alles einstellen. Das ist einfach noch ein bisschen zu viel für mich. Das gerade wechseln. Deshalb... So ich das mal ein bisschen später machen. Ja, wir müssen ein paar Schlüssel finden scheinbar. Ja, wir haben eben ein paar Schlüssel. Ja, wir haben eben ein paar Schlüssel. Tja tja tja. Gehen wir einfach jetzt mal hier. Hoch. Irgendwo, Irgendwo... Ah, das sind zwei goldenen Tore, die müssen wir nicht machen, ich will nicht so viel machen, die Labyrinthe mache ich dann mal ganz umfangreich später, alleine dann im Livestream. Eine Knochenammer, eine Knochenrüstung, also hier rein und dort, rüber. Fallen, da. So, ja, ja. Wir müssen also zuerst einen Gold Key finden, das ist so böse gemacht. Ja. Ist das böse. Und dann noch die Schwarzen. Boah, muss das sein. Das ist ja heftigst. Wieso ist das so böse? Boah. Schafft. Okay. Das ist jetzt richtig böse. Wieso ist das jetzt so böse? Das war es doch nie so. Das genau so älteste habe ich auch bekommen, als ich da einmal schon rein wollte, im dritten Schwieg-, also im dritten Akt von Normal, mit diesem Knochen. Ich habe auch so eine Folge gehabt und bin dann mehrfach angegriffen worden und so weiter. Das ist richtig böse. Ich muss da unbedingt noch mehr leben und so kommen, dass ich es aushalten kann. Okay. Die Goldene Chest habe, die müssen von unten aktiviert werden, damit ich da recht... Ah, das erwischt mich natürlich nochmal. Übertreibt's doch. Okay, hier geht's nicht. Schneller, hopp. So. Ich kenne die Takt, also die Mechanismen nicht so gut. Ich müsste alles mal ein bisschen durchschauen irgendwie, aber ich mag überhaupt nicht die Labyrinthe. Also wenn in Merciless und überall Labyrinth das zu schwer ist, muss ich das einfach mit einem anderen Charakter machen und die Items dann aufrüsten oder so. Ja, ich werde eventuell einen Hüpfer oder so machen. Es gibt da gute Bild dafür. Und ja, es dann einfach machen, um Items aufzurüsten und Items zu finden. Da geht nichts. Doch, da hat auch alles. Also eine ist falsch, die andere ist richtig. Das ist die erste. Also die eine bringt uns wieder in eine andere Ebene, wo wir auch wieder ein Gold-Key kommen. Ah nein, wahrscheinlich beide in eine Richtung. Dann nehme ich einfach die. Fertig. Richtig kurz nochmal schauen. Ja, wir sind unten. Gut. Also eben, es ist egal, welche Richtung wir gehen. Boah. Was ist denn da los? Was ist hier los? Was ist denn da los? Danke schön, richtig böse. So, jetzt sind wir durch. Was ist denn hier? Ist doch nichts. Diese sind doch immer so böse Fallen, wo du das überarbeiten. Nein, ich habe einfach mega viel Pech jetzt gerade in diesem Labyrinth, aber... Na gut. Probieren wir es einfach mal. Ah, das ist schein. So. Ein bisschen Qualität auf den Atmosphäre. Ich möchte kurz schauen, was das war hier unten. Da war irgendwo Feuer. Vielleicht ein Geist. Ja, ja. Danke. Du bist schneller besiegt. Also ich den, ähm, die Potion einnehmen konnte. Die goldene. Hm. Aber natürlich bin ich auch schon wieder ein bisschen OP. So, jetzt haben wir den ersten. Kampf gegen die Zauber. Und? Wirst du sterben? Sekundenbruchteile. Ja. Möchtest du das? Okay, gut. Genau deswegen habe ich noch ein bisschen weiter gespielt. Ein bisschen weit weiter. Weil ich den nicht mag, den Izzaro. Der kann da euch one-haten und so. Das ist wahnsinnig. Schon auf normal. Deshalb lieber ein bisschen später machen dafür. Easy arm. Ist einfach easy arm. Easy. 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 Danke. Was ist denn her? Ich mag diese scheiß Öl-Zombis nicht. Die wurden extra herangefügt, damit man in den Fallen aufpassen muss, dass man nicht zu einem Gegner getötet hat. Aber man findet immer Goldsachen, Gold, Amulet, Goldringe... Aua... So, einfach durch rein... Tschüss! Tschüss... Da ist auch noch irgendwas... So, jetzt Quant Location... C-Bokey... Ja, die brauchen wir nicht... Okay, hier gibt es drei Richtungen... Eine ist sicher mit dem C-Bokey oder so... Die sind nämlich im Umgegenfeld, da könnt ihr richtig gut spammen... So, dene... Geh runter... Ah... Kann durchlaufen... Okay... Tschüss... Oh, Geist, 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 Geist... Doe... Einen Longstaff... Gleich mal den Infizieren... Die... ... können Platz verschwinden... Melee Skill... Nö... Wir werden nie ein Stab... Angreifer machen... Okay... Gut... 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 Mehr nicht... Hm... Gehen wir hier doch... Weil ich's kann... Okay... Was ist denn hier los? Ich... Nicht entlang... Der macht mich Angst... Der macht mich Angst... Der macht mir Angst... Das war... Das ist Böse... Yeah... Wir sind richtig... Wir sind richtig... So, jetzt darf er gerne wieder ein bisschen Schaden bekommen... Mit meinem... Ja... Gott, er hört nicht auf... Jetzt... Ja... Natürlich viel mehr Erleben jetzt... Weiter jetzt, hop, hop. Ich brauche so gute Items. Für zum Beispiel das Überlabyrinth zu machen, brauche ich so gute Items. So wahnsinnig, so was von. Naja, ich werde vielleicht nochmal ein Let's Play machen. Ja, für die nächste Season oder die übernächste Season oder so. Aber auf jeden Fall werde ich mir vielleicht noch eine Pause gönnen. Ich glaube überhaupt nicht, ich werde nicht gezwungen in Seasons teilzunehmen, weil ich möchte für dieses Spiel eigentlich auch nicht viel Geld ausgeben. Ich habe jetzt einfach die Lage natürlich Geld ausgeben müssen, aber ich will es ja auch genießen. Aber das war ja vor dem Labyrinth-Zeug. Und... Ja, ich finde es halt jetzt das Spiel nicht mehr so gut wegen den Labyrinthen. Aber ich finde es jetzt wieder besser wegen dem Artglas. Wir müssen jetzt einfach höher kommen und irgendwie den Artglas durchmachen. Und... Ähm... Ja. Ähm... Sind wir nicht hier falsch? Wo sind wir denn hier? Jaja, wir sind falsch. Scheiße. Wir müssen nicht woanders hin. Hm. Vielleicht hier unten? Nein, doch jetzt nicht durch. Ja, da muss es links sein. Es muss irgendwo links sein. Hallo. Ah. Hier. Hier. Das sehe ich schon. Da haben wir noch was. Geist. Nein, die Hüte zu stehen. Einen Geist haben wir geschafft, den anderen nicht. Ja, dann gehen wir kurz hier durch. Aua. Achso. Okay. Wir gehen nicht hier durch. Das ist nur so ein Ding. Ein Bonusabschnitt. Aber der ist zu schwer. Habt ihr gesehen? Ich wäre fast gestorben. A half feast. Oh, wir haben etwas bekommen. Einen Wahlorb. Dankeschön. Ich werde jetzt mal ein paar Zombies beschwören. Damit ich einfach ein bisschen Ablenkung noch habe. Damit ich nicht die Fallen, ähm, auch den Fallen der Gegner bekämpfen muss und so. Äh, wir haben hier keinen Eingang. Das ist da drüben. Oh, nie. Aber das auch. Danke. Das Spiel ist einfach auf einige Arten für mich zu anspruchsvoll. Also es ist... Spieltechnisch, also... Actionrollenspieltechnisch ist es nicht schwer das Spiel. Aber so mit Fallen und alles mögliche ist es einfach schwer. Ähm, die Bosse sind manchmal richtig unfair. Und so weiter. Hey, wo haben wir den Eingang? Da unten? Ich glaube, man kann... Nein, da kann man nicht runter. Ich weiß es nicht, wohin wir müssen. Vielleicht hier runter? Genau. Genau, Zombies. Genau, Zombies. Ja, ja. Da ist auch nichts. Da oben ist auch irgendwas, aber das bedeutet nichts. Vielleicht hier rum. Das ist das böse gemacht. Ich mache die Entwickler einfach nicht so. Sie können es nicht entwickeln. Sie tun das Spiel, ja, immer wieder gute Ideen reinbringen und so. Aber sie können im Allgemeinen nicht gut entwickeln. Jetzt muss ich echt dort durch. Was soll ich machen? Ich werde sterben. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Sie sind ja überall... Fallen... Ich darf ja auch nicht geslowt werden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott... Ich komme her zu lassen, das Spiel ist einfach nur unfair. Ist ja heftig... Basilika-Hals... Eins vor dem... ...letzten Izzaro-Kampf. Ja, da brauche ich vielleicht eventuell sogar Hilfe. Das ist ganz wie... ...Slabyrinth schon in Normal so schwer ist. Ja, ich... Ich kann euch sagen, ich hätte ja das Let's Play sowieso nicht fertig machen können. Das ganze Spiel... Ähm... In Non-Season will ich nicht spielen... ...und... ...die Season ist im Dezember dann weg. Also... Ja, ich mache einfach Puff-Waxer Pause und irgendwann... ...werde ich da wieder anfangen... ...durch weiter zeigen. Aber es ist... ... jetzt sicher noch ungefähr 30 Parts davon entfernt. Okay? Und natürlich... ...alles noch so weit wie möglich. Ja... ...aber eben... ...Selfound und alles mögliche... ...ist recht schwer. Danke, dass ihr ihn erst jetzt erledigt habt. ... Aha, hier ist nichts. Okay... ...wie böse das ist. Heftigste... ... 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 Dankeschön. Wirklich böse. So, geschafft. Ah, prima. Ich werde den Paar nicht allzu lange machen. Ich gehe jetzt mal durch bis zum Bosskampf. Und dann werde ich nochmal aufnehmen, gell? So. Oh, ich habe es geschafft. Ich habe noch ein Oberscoring gefunden. Und, ähm, ja. Ich bleib's doch. Oh, wie Treasureskase. Oh, ich bleib's doch. Stab. Danke, das ist fertig. Danke, aber darf ich den? Ja, jetzt bin ich voll. So ein scheiß Stab. Chainmail doppelt. Chainmail doppelt. Gut. Ich werde den nehmen. Den nehmen. Okay, recht viele Sachen zum mitnehmen. Und ja, wir werden erst mal kurz in die Kiste gehen. Ja, die Kiste ist jetzt hier. Oh, die Kiste. Ich werde jetzt mal den hier reinnehmen. Den hier. Den hier. Den hier. Und jetzt mal das mitnehmen. Das. Das. Sonst ist nichts mehr gescheitzt. Okay. Okay. Unglose. Converting. Oh. Attack with Ward of Spide when hit. Keine Ahnung, was das ist. Jetzt muss ich noch kurz schauen. Bis gleich. Also wir müssen Mistress of Sacrifice nehmen. Das ist hier. Mistress of Sacrifice. Next. Mistress of Sacrifice. Mistress of Sacrifice. Mistress of Sacrifice. Mistress of Sacrifice. Skill effectuation. Offering skills as effect you. Ah, das ist nämlich das. Okay. Ja. Okay. Schön, schön. Commander of Dark. Soul Veaver. Sehr schön. Hä? Jetzt haben wir das. Gut. Dann können wir wieder zurückgehen. Und ja. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Die Intems werde ich mal identifizieren und so. Aber ich zeige sie dann die guten Sachen im nächsten Part. Im Livestrip. Tschüss. Tschüss.